Was ist das hier eigentlich für ein verlassenes Kaff? Ist ne gute Frage. Mittlerer Westen-Battle ist okay. Dann immer ein Showdown. Ja. Bogenbraun. Dann ist auch ordentlich fahren, ich seh schon. Man kann sich im Übrigen auch, hab ich gerade festgestellt, in der Mitte des Dings zurücksetzen. Wenn man den ersten Hügel noch nicht richtig genommen hat. Mhm. Und dann ist man hinter den Hügel. Okay. Okay. Praktisch. Gut. Also fast drauf tippen, dass es fast schneller geht. Ich bin jetzt 1,4 Sekunden im Plus. Ja, ich bin auch im Plus. Auch. Aber ich komm nicht so ganz an dich ran. Nein, jetzt kommst du ran. Ich hab ja... Oh, 3,25 im Plus. Okay. Was mach ich da? Oh, ich bin auch da durchgeflitscht. Da wollte ich gar nicht durch. Ja, kenn ich noch jemanden. Das ist ein schleiter Tüte hier schon. Yes. Jetzt komm auf. Jetzt kann man aufhören. Schick. Ich hab mich, glaub ich, auch noch mal verbessert, wenn ich's richtig gesehen habe. ein bisschen glück bin ich auch noch ein bisschen so schön langsam jetzt das muss ich mir jetzt auch in ruhe angucken keine angst ja nochmal 0,2 sekunden verbessert aber 204 platz 43 sehr schön ich bin 4 sekunden schneller gefahren ja sehr schön ja ich auch 4,2 ok viel besser wird es bei mir nicht mehr